Okay, es war mit 16, auf einer Baseballspielerbank. Das war, ich glaub, ich stehe im Wald. Nein, es war in einer U-Bahn mit einem Luxus-Colver. Das waren lockere Geschäfte. Beim Hetten geriet ich versehentlich in Norads Computer und... Das war Wargames und der Film hatte nicht mal eine Sex-Zene. Na schön! Ich war 23 und es war mit Ronda, der 45-jährigen Freundin meiner Mutter. Sie hat mich dabei nur Barry genannt und meine Bettdecke hat noch zwei Wochen nach Menthol-Zigaretten gestunken. Seid ihr jetzt zufrieden? Hey!